herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist fuma bei mir gibt es tipps tricks und guides und auch den platin guide doch heute dreht sich alles um homeworld 3 meine lieben freunde homeworld 3 bevor wir damit anfangen checkt auf jeden fall gerne dieses video aus das war das letzte video was ich zur homeworld 3 gemacht habe und damit ihr gar nichts mehr verpasst meine lieben freunde würde ich mich mega über ein abo freuen und natürlich checkt auch gern diesen content aus dass es andere content auf meinem kanal und jetzt legen wir los homeworld 3 meine lieben freunde bis dahin sage ich wie immer semperfi und bleibt gesund nach dem intro geht's los let's do it this is the future this is the future carrier operational and launching this is wargames fighting here is just like what you'll find in the real world except each loss becomes a lesson for your next deployment we're hit carrier down but you don't have to fight alone combat mission set protect each other we need cover moving to guard we're on our way copy on redirect secure the objectives target set we're inbound push through give our people an opening sweep around move complete win as a united fleet hostile eliminated each victory will grant you experience points to unlock artifacts and available starting fleets new powers mean new paths to victory upgrade complete ships will become stronger even a little unique shipwarten fail emission and your fleet restarts in square one shipwarten fire carrier down but you can't rely on just one strategy torpedo frigate deploying start the run roll in let's move threat mark targeting to aging you see just had to change your approach action successful power to engine the enemy is coming and will adapt to overwhelm you hold steady i'm coming around direct hit we will lock light them up keep them guessing i'm off now taking fire learn what what adapt good shot leverage all your experience to achieve victory this is where commanders are made if you have questions then write it me in the comments auch eure meinung ist mir wichtig also lasst die tasten glühen und rein damit in die kommentare mein besonderer dank geht an meine kanalmitglieder ihr haltet den laden als master und commander hier am laufen danke für eure treue und euren support semperfi euer fuma